Ich bin die Sabine Kreutlhofer. Ich habe im Jungschuhbüro gearbeitet und bin Theologin. Am Boarding Now werde ich einen Workshop halten, der heißt, was Gott alles drauf hat. Wir werden uns der Frage widmen, ob es etwas bringt, wenn wir am Lager für schönes Wetter beten. Und ob Gott überhaupt eine Ahnung hat, wie es in meinem Leben zugeht. Da wollen wir uns über unterschiedliche Bilder von Gott unterhalten und auch schauen, welche Wege es zu Gott gibt und welche Wege Gott zu uns findet.